Yippie! Amen! Toll, dass du gesagt hast, dass wir aufnehmen, deswegen hab ich viel zu spät drauf gedrückt. Aber egal, wir sind wieder da. Hey, wir müssen eh nochmal neu anfangen. Ja, weil jetzt die Map vorbei ist. Wie? Echt? Ah, ne. Nein, der hat gerade neu geschossen. Passt doch alles. Wenn du jetzt schon wieder auf ausgedrückt hast, dann hast du verkackt, Merlin. Ich hab schon mal auf ausgedrückt. Ja, das war natürlich scheiße. Ja, auf mich anzuziehen. Okay, dann nochmal. Oh, ja. Alter, Janina war hinter mir. Oh mein Gott, das ist ja schrecklich. Ich hab schon wieder angefangen. Also Leute, hallo. Und herzlich willkommen wieder bei TTT. Wir spielen keine Ahnung. So, 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 so. Wir hatten jetzt 5 Stundencut. Wir hatten jetzt 5 Stundencut. Wir spielen jetzt übrigens Sky Tower. Ah, Sky Tower. Wer ist eigentlich auf Sky? Wer ist da auf der anderen Seite beim Snipen? Wer ist das da? Das bin ich. Du darfst nicht glitschen. Raus aus dem Teil hier. Du darfst nicht glitschen. Glitschen. Anna. Da ist nicht unbedingt jemand gestorben. Oh, hi Janina. Also ich hätte dich grad mal richtig schön wegmachen können. Es war noch Preparating. Ja, okay. Trotzdem hätte ich dich voll wegmachen können. Oh, ich liebe so ne Maps, wo man snipen kann. Da kann man immer. Das ist ja brutal. Hallo Merlin. Hallo. Was passiert jetzt? Ist grad jemand gestorben? Ah. Oh Gott. Ich bin bei Janina. Hä? Oh, warte. Wer benutzt den? Irgendjemand ist gestorben. Irgendjemand ist gestorben. Irgendjemand ist gestorben. Komm mal mit rein. Ich glaube nur leider keine Ahnung wo der ist. Schau mal den Knopf. Welch Knopf? Da, hier, dieses Jahr genau. Alter, irgendjemand schießt auf mich. Irgendjemand schießt auf mich. Äh, äh, da hinten, da hinten, da hinten. Schieß zurück. Wenn es jetzt auch geht, du bist tot und heulich. Okay. Ja. Bist grün. Ja. What geht hier, alter? Hier geht ne Party. Kannst du mir nämlich vertrauen? Weiß ich nicht. Das finde ich schön. Ja, das kannst du. Boah, wer hockt da hinten? Ja, ja, ich hab nichts Falsches. Ich hab nichts gemacht, also ich hab ne M16, auf die entfernen und kann ich gar nicht. Ich hab zwei von den, ich hab doch drauf gedrückt. Drückt up, dann siehst du es, ich hab alle schon confirmed. Okay. Ja, da hab ich einen richtigen erwischt. Sorry um den anderen, weil da war ein Toter und ich hab einfach auf die beiden geschossen, die da waren. Ach shit. Dann hab ich einfach zu sehen, eine Nenung getroffen. Warte mal, Pierre ist noch da? Auch für die ganze Zeit. Ja. Janina is proven. Magician? Magician? Ey, dann. Ich komm hier nicht. Irg, ich bin proven. Ich hab einen Traitor getötet. Wenn Janina is proven, dann ist es Pierre und Magician. Aber ich hätte Pierre gleich wegkotzen sollen. Ich bin das, ey, ich bin das nicht ohne Witz. Du musst es sein. Wer schieß hier? Es ist Pierre. Pierre und Magician. Oh. Irgendwer hat hier grad geballert. Ja, ist er Pierre. Ey, Lava, wo war denn der andere hin? Ach so, der war schon langweg. Ich war ja der letzte. Oh Gott. Allerwein. Total ranger gekillt. Blalalala. Ja, Blondi, warum hast du mich gekillt? Das war halt in der Reaktion. Ich dachte grad, du wärst bis mich unter und tötest mich dann. Das war halt wie bei Janina voll. Ich hab's doch einfach abgeladen, weil ich war ja von hinter dir. Ich hab überhaupt wen getötet. Ja, weil ich dachte, du wartest extra drauf. Du hast mich getötet. Ich hab probiert mit der Quora die Kitteflöchter. Und auf einmal war ich so. Ja, sorry. Das war's nicht irgendwie. Das tut mir echt live. Ja, für deine Story und deine Kamera. Ach so. Ich dachte, du wurdest getötet von jemandem und dann hab ich den nächsten getötet, der in der Leben stand. Ich bin die Leiter hochgegangen, ich war irgendwie zu schnell oder so. Wow! Ey, da ist ja ein Teleporter. Kennt ihr den Teleporter? Ja. Das ist ja geil. Wir drücken ja schon wieder. Alter. Ey, und ohne Spaß, ey. Blondi, hör mal auf damit. Mir leid, du auch. Das war halt versäglich. Ich auch. Was hab ich gemacht? Imo. Ich? Was hab ich denn gemacht? Also, ich krieg keine Waffen. Ja, das war auch relativ random von dir, Timo. Wenn du mich jetzt tötest. Pierre! Ey, Merlin schießt auf mich. Ja, ich. Ja, erstmal meinen Namen rufen, ne? Der ist Erik. Jetzt haben wir dasselbe leid. Der neben mir oder was? Bei dir einfach ohne Grund. Bei mir war's wenigstens mit nem Grund, weil da jemanden totes lag. Ja, aber ich bin da gerade erst hingekommen. Ja, aber trotzdem waren wir zu wieder, weil die tot sein. Ja, und? Ich kann doch zufällig zu ner Leiche kommen. Ich bin da auch ja hingekommen. Oh, hi, Erik. Warte mal kurz, Erik. Er war auch weiter entfernt. Aber ihr beiden, ich hab mich nicht sicher. Also, ich bin bei Erik. Erik hat ne Pumpe. Ich geh mal wieder weg, Erik. Ah, ich dachte, ihr werdet bald a traitor. Oh, hier ist ja mit mir der Shotgun. Oh. Lasse, ey. Hi, Erik. Da bin ich wieder. Alter. Es ist, äh, Gamer, Gamer. Der ballert hier rum, Alter. Gamer, Gamer. Alter, da geht's grad die Party, gell? Meine Moni mehr? Kann ich hier runterfallen? Nein. Ja, ich bin bei Dete und Gamer. Jawoll. Gamer müsste tot sein, ich weiß es aber nicht. Nein, 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 nein. Sorry, sorry, sorry. Du hast aber auf mich geballt. Okay, das will ich mal ganz kurz erst sagen. Ja, warte mal. Ja, sorry, das ist... Ich weiß grad, Leute, ich weiß echt nicht, was mir los ist. Ich schieße auf alles, was die bewegt, weil ich denke, es wird mich töten. Erlebt überhaupt alles noch. Ist das Gamer oder wie? Ja, der ist... Gamer? Okay, da ist Magician. Ja, ich bin gleich tot, weil der Gamer mich so hart angehütet hat. Oh! Hier ist ne Bombe! Hast du Gamer X gekillt? Ja, das heißt im Klartext, einer fehlt noch. Ja, ich bin wirklich Inno. Der Gamer X hat mich angeschossen. Dann killt ihn, der neben dir ist. Ja, hier ist es... Wie schlecht kann man sein? Oh, war das schlecht, ey. Es ist... Ah, scheiße. Es ist, erstmal nochmal sagen. Oh, kacke, bitte geh nicht hin. Oh! Hat weh. Komm, Alter, geh weg. Hallo? Okay. Was für Leben hast du noch? Äh, ich? Ja. 59. Scheiße. Super. Wo bist du denn? Ich frage mich auch gerade, wo du bist, alter. Du bewegst dich einfach zu schnell für Radar. Da steht ein Pixel. Geil. Okay, warte mal. Ja. Okay, ich weiß nicht, das ist so. Nein. Ach komm her! Ja, ich komm doch, alter. Ganz ruhig. Mein Gott. Ganz ruhig. Brrrr. Oh, hi. Scheiße, hat er mich doch noch gesehen. Ich wollte es doch richtig geil von hinten, weißt du? Was? Was? Jetzt klappt er das, Alter. Nein! Nein, Mann. Nein, du. Was ist denn Timo? Und? Ja, das tut mir leid, Eric. Ja, der dritte Traitor. Ich Timo und Gamer. Ja, ich wurde ja gleich verantwortet und von Merlin getötet. Achso. Ne, ich hab den Namen nicht gesehen. Ich hab den Namen nicht gesehen. Boah. Ich hab nur gesehen, dass jemand von hinten auf dich schießt und ich hab einfach keine Waffe. Das hab ich so genervt. Du standest einfach eine Sekunde zu lang. Ich hab dir vertraut, Mann. Per, Mann. Ich dachte, du bist mein Leben, ey. Alle haben mir vertraut, aber alle enttäuscht. Backfisch! Hui. Ohhhh. Kann ich jetzt bitte mal ne Waffe finden, ey? Nein. Ach schrecklich. Nope, Sir. Fuck. Geh mal. Der ist dann jetzt schon wieder da. Meine, die sind ja runtergefallen. Ah. Aber ist ja noch compelling, das bockt ihr nicht. Ich bin eh kein Traitor. Ja, war klar. Ich bin schon wieder Detective. So langweilig, ey. Ohne Scheiß, ich kauf mir jetzt ne Waffe. Das ist ja schlimm, meine Traitor-Tester. Das mach ich immer. Ja, geh mal in den Traitor-Tester. Ey, ganz kurz, ist das hier ein Traitor-Tester? Ich bin mir nicht sicher, gell. Ich hab keine Angst, dass du... Hey, Timo. Ist das ne Falle? Timo. Ja, gell, ist das ne Falle? Timo, hast du grad geschossen? Was? Warte. Warte, ich kann ja... Warte, ich kann ja... Ach, reiß dich zusammen, einfach nicht zu schießen. Dahinten geht fette Party. Wir machen hier ganz, ganz in Ruhe. Traitor-Tester. Kein Ding. Du hast da runtergeschossen. Ja. Ja. Ich habe niemanden getroffen. Da ist der Traitor-Tester hier. Hä? Warum bist du so revoked, Alter? Ich bin Inno. Stimmt, Timo. Ich wusste. Ey, ganz kurz, ist da hinten grün oder was? Du schießt einfach runter, Alter. Ich bin Puch. Ja, Alter. Ey, Timo hat Schelte. Das ist kein Ding. Die Idee ist eigentlich gar nicht schlecht da drin, Smoke zu werfen, Alter. Geh noch mal rein. Ja, ich bin Puch. Ja, Alter. Ey, ich habe C4 gefunden, aber das ist jetzt mein C4. So, Perl. Guck mal auf den Knopf, äh, was hinten... Ja, hab auf den Knopf gedrückt, Alter. Ja, guck mal, was hinten an der Wand ist. Ja, ja, ich guck, aber da ist immer noch voll zu genebelt, ey. Grün. Ja, okay, ist grün, ist grün. Es geht zu, ist grün. Wieso wirfst du denn, Smoke? Jetzt geh du rein. Geh du rein. Ja, gut, ich kann auch rein. Ja, weil ich so Assassin-like wecken wollte. Weil eben auch Traitor. Ja, okay. Sag mal, Alter. Von wo? Wo der angeschossen ist? Ich hab's gesehen. Hey, Lava, warte mal, ist es nur noch ein Traitor da? Okay, auf Puch. Geh mal bitte vor. Ey, 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 ey. Warte, 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 wir gucken erst mal ein. Auf Puch. Es ist nur noch ein Traitor, das ging jetzt auch Puch. Ich geh rein, ich geh rein, lass mich rein. Ey, Leute. Ich bin das, ich bin das. Hört mal zu, ich hab das C4, hört mal zu. Ich hab das C4 von Temo. Ich hab das C4 von Temo aufgehoben. Das heißt, gerade wenn ich jetzt als innocent lege. Das ist ja unfassbar. Hallo, kann mal irgendwer seinen Arsch hier raus bewegen und ihm die Täter greifen, bitte? Der auch Puch. Ja, ich kann grad nicht raus, Alter, die Tür ist zu. Ja, wenn jetzt alle sterben, darf ich. Nein, was? Kommt da raus. Okay, darf ich jetzt auch eine Traitor? Ey, ey. Da oben, die Person in diesem Raum ist Traitor. Also wir sind alle Puch. Achso, okay. Magiken oder Blondie? Oder Magiken. Keine Ahnung. Ey, ich hab Temo getötet und er war Traitor. Er wollte eine Bombe legen, jetzt hab ich die aufgesammelt. Werde die Magiken. Er sagt auch nicht, sehr ruhig. Gut, das wär's mal in der Sackgasse laufen. Wo bist du denn, Janine? Ich bin bei den anderen allen. Wo bist du? Dings, Per, Merlin, da ist jemand, da ist Gamer. Magiken Vs. Gamer ist safe. Also all of Magic? Ja, ich bin ja auch Proof. Ich hab die, ich hab jetzt nicht viel vom Team aufgehoben. Magiken, Magiken! Wo ist der? Schöne Schüsse. Mich auch. Scheiße. Was ist das, was du? Fuck! Da ist er ja. Ah! Sag mal. Oh nein, 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 nein! Von etwa. Ey, wenn du jetzt noch alle kriegst, ey, ich schwör's dir, du hast dich so verdient. Eeeh! 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 Wo seid ihr Helden denn überhaupt? Ach da. Oh, sorry Merlin, wollte ich nicht mal noch anmerken. Oh Mann, alter. Jungbild auf Schrott. Da hat jemand grad die Tür geöffnet. Wer denn? Keine Ahnung, da wurde einfach grad die Tür geöffnet. Ach, weißt du was hier. Stress! Oh oh. Oh oh! Oh du Penis, ey. Er ist so blöd. Alter. Ich hab dann das echt verboten. Habt ihr mal die Entfernung gesehen? Sehr, sehr easy. Eeeh! Oh Mann! Ihr könnt mich doch nicht alleine lassen. Du bist zu dritt und ich hab euch alle weggemacht. Der kostet Shotgun. Du suchtest halt auch den ganzen Tag von das. Ja, das ist meine Schuld. Blablablabla! Suchst du Shotgun und sagst du, wir sind so schräg hier. Nice, wir haben sie alle gemacht. Wir haben MPs gehaft. Wir haben einfach so am Anfang von Dings random gekillt. Von wegen! Timo hat's geschossen! Ja egal! Timo, wir haben's gemacht, Alter! Und ich bin runtergefallen. Wir haben den Übers fertig gemacht.